Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Gestern wurde Gen 1 allen Usern von Runway zur Verfügung gestellt. Gen 1 ist ein neuartiger Videogenerator und gehört zu den AI-Magic-Tools innerhalb der Runway Suite. Das Prinzip nennt sich Video-to-Video. Man kann damit zum Beispiel Videos verfremden und Animationen erzeugen. Dabei wird ein existierendes Video als Grundlage genommen und entweder mittels Text-Prompt oder Referenzbild verfremdet. Klar, dass ich das sofort ansehen und testen musste. Auf geht's zu Runway. Und hier sind wir in Runway. Das Ganze ist browserbasiert und ich bin drin mit meinem Free-Plan. Unter AI-Magic-Tools finden wir die komplette Palette von Runway. Und da hat sich einiges getan. Natürlich Gen 1, Train Your Own Generator, Image-to-Image, Infinite-Image, Text-to-Image und so weiter. Ich kann Hintergrund entfernen, Greenscreen-Keying durchführen, ich kann mehr Tiefenmasken generieren lassen, kann In- und Out-Painting durchführen und vieles andere mehr. Es lohnt sich tatsächlich ab und zu mal in diese Rubrik reinzuschauen, da kommen immer wieder neue Features dazu. Jetzt aber beschäftigen wir uns mit Gen 1. Runway bezeichnet die Technik als Video-to-Video. Use words and images to generate new videos out of existing ones. Gemeinsam mit euch schaue ich mir das jetzt an. Ich bekomme eine Maske, wo ich Überblick über meine Medien habe und lade als erstes mal meine Files hoch. Momentan sind wir limitiert auf 3 Sekunden Videolänge. Mit ein paar Tricks könnte man das auch ändern, wenn man zum Beispiel mit verschiedenen Schnipseln und Überlappungen arbeitet. Aber das soll es nicht Sinn von unserem Video sein. Als erstes Testvideo verwende ich eine Szene, die wir gerade gedreht haben, bei unserem aktuellen. Wir drehen mal eben Top Gun Maverick auf dem iPhone zusammen mit Rainer Wolf. So sieht die aus. Und jetzt habe ich auf der rechten Seite meine Bearbeitungsmöglichkeiten. Ich kann ein Referenzbild hochladen. Ich kann mit Presets arbeiten oder mit Text-Promts. Dann kann ich die Effektstärke einstellen und eine Seed-Number verwenden. Wir beginnen mal mit einem Image. Das Bild ist hochgeladen. Wir wollen Barack Obama im Video haben. Jetzt bin ich selber total gespannt. Ich mache das mit euch zum ersten Mal. Okay. Die Bewegung macht das sauber, aber von Barack Obama ist nicht so viel festzustellen. Vielleicht müsste man die Strengths mal ein bisschen hochknallen. Probieren wir mal, was passiert bei volle Kanne. Jipp, da ist deutlich mehr von Mr. Obama sichtbar. Dafür ist die Bewegung jetzt fast weg. Da scheint die Referenz zu groß zu sein zum Standbild. Aber trotzdem eindrucksvoll für einen ersten Versuch. Dann probieren wir mal was anderes. Wir nehmen einen Text-Prompt. In the style of Salvador Dali. Eine gewisse Stilistik wurde tatsächlich umgesetzt. Dann probieren wir mal den Kollegen von Goch. Da habe ich schon Demo-Files gesehen. Das sollte gut funktionieren. Eine gewisse Referenz ist tatsächlich da. Probieren wir nochmal eine Bildreferenz. Und zwar habe ich in Mid-Journey Version 5 ein Bild erstellen lassen von Top Gun Maverick. Also eine Referenz zu sich selber. Schauen wir mal, was da dabei rauskommt. Da habe ich doch glatt zwei Brillen. Ich sehe auch, warum im Original ist oben der Kopf abgeschnitten. Und das hat er jetzt dazu gedichtet. Also offenbar, je genauer die Vorlage ist vom Seitenverhältnis, desto besser wird es umgesetzt. Aber das ist schon gar nicht so blöd. Wenn mir das Video gefällt, kann ich es herunterladen. Ein letztes Beispiel mit dem ersten Bild. Wir gehen mal in die Presets. Und da haben wir Claymation, Watercolor, Origami, Pen & Ink, Charcoal Sketch und Cloudscape. Machen wir mal Pen & Ink. Neulich im Kindergarten. Aber ich glaube tatsächlich, wenn man da ein bisschen mit rumspielt, kann man ein cooles Ergebnis erzielen. Neues Beispiel. Wir bleiben bei Top Gun. Auch aus unserem Ring. Und nehmen als Image-Referenz Angela Merkel. Wird jetzt wahrscheinlich eine kleine Verschlechterung für die Deepimperlande sein. Egal, sei es drum. Öffnen wir kurz noch die Advanced-Parameter. Da kann ich eine Konsistenz einstellen. Die Gewichtung des Styles. Eine Frame-Consistency. Ich kann Upscalen. Watermark wegmachen lassen. Dazu brauche ich einen anderen Plan. Wir ändern mal die Style-Weight. Und legen los. Okay. Sensationell. Die arme Melanie. Jetzt interessiert mich, wie das Ganze auf Bewegung funktioniert. Ich habe jetzt mal einfach Stock-Footage hochgeladen. Eine Jobberin in Slow-Motion. Und jetzt benutze ich meinen Text-Prompt. A running cyborg in a futuristic city. Würde ich jetzt nicht unbedingt als einen Cyborg bezeichnen. Das mit der Stadt lasse ich durchgehen. Geben wir mal eine genauere Anweisung. A running robot. Hier oben habe ich übrigens meine Anzeige, wie viele Sekunden ich noch übrig habe. Ich bin im Free-Plan und langsam gehen mir die Sekunden aus. Das geht schon mehr in die Richtung, die ich gerne hätte. Hier könnte ich jetzt sicherlich mit den diversen Parametern spielen, um den gewünschten Look zu bekommen. Ich möchte aber lieber noch ein anderes Beispiel machen, bis mir die Sekunden ausgehen. Und zwar eine weitere Szene aus unserem Top-Kant-Dreh. Da ist es nicht viel Bewegung drin, aber ich möchte wissen, wie sieht sowas als Claymation aus? Claymation kennt ihr vielleicht. Das sind die Knetfiguren von Wallace & Gromit oder Sean der Schaf. Okay, das soll wohl das Auto sein und das die beiden Protagonisten. Eine sehr spannende Abstraktion. Jetzt probieren wir mal, wie das mit einem Text prompt funktioniert. Vielleicht haben wir damit mehr Glück. Das kommt tatsächlich ein bisschen besser hin. Der Porsche ist als Auto zu erkennen, aber bei den Protagonisten ist nur ein bisschen was im Argen. Anyway, eine deutliche Verbesserung zu dem Preset. Ich habe laut der Anzeige noch zwei Sekunden übrig. Dann nehmen wir mal das kürzeste Video, was ich hier habe und schauen, ob noch was geht. Das sind jetzt knapp zwei Sekunden und ich würde gern das Charcoal-Sketch-Preset ausprobieren. Na, da sagt er mir schon, Upgrades to Generate. Da bin ich leider durch. Dann beenden wir an dieser Stelle mein Video. Fazit. Gen 1 ist tatsächlich beeindruckend. Wer sich jetzt aber Fotorealismus erhofft hat, wird bitter enttäuscht sein. Aber in meinen Augen eignet sich das hervorragend, um Videos zu verfremden und mit anderen Stilrichtungen zu versehen. Könnte ein gutes Spielfeld für Musik-Videoclips sein. Ich bin momentan in der Produktion eines größeren Musik-Videoclips, wo wir mit echten Illustratoren arbeiten. Aber ich werde mal versuchen, parallel auch Gen 1 einzusetzen. Momentan gibt es ja noch das Limit von den drei Sekunden. Das wäre wünschenswert, wenn es baldmöglichst fällt. Also, tatsächlich beeindruckende Technik, die dahinter steckt? Ich bin sehr gespannt, wie das Ganze in ein bis zwei Jahren aussieht. Und ein bisschen Angst macht die Entwicklung schon auch. Danke fürs Zuschauen. Wenn es dir gefallen hat, freue ich mich über ein Like und ein Abo. Wenn du Lust auf mehr bekommen hast, schau gerne mal bei der Wolf Films Academy vorbei. Dort findest du den ultimativen Online-Kurs für Filmemacher. Von mir gibt es dort eine ganze Menge Material und zum Beispiel die brandneuen Kurse AI Filmmaking und Streaming O. Ich verlinke das Ganze in der Beschreibung. Bis bald. Wir sehen uns.